Ich bin Samir, ich bin zehn Jahre alt und ich bin hier in der Stadt Bad Wallingen. Also man kann hier Kunst machen. Comics, Trickfilme und Malen. Also Erbschaft ist, wenn irgendwer stirbt. Hallo, ich bin Ferdi und ich stelle mir Erbschaft vor. Also Erbschaft ist sowas, zum Beispiel wenn dein Vater stirbt und er das dir weitergibt. Man kann zum Beispiel Häuser erben oder Haustiere erben oder Gegenstände erben. So, keine Ahnung, so richtig wichtige Gegenstände, so antike Sachen. So, keine Ahnung. Untertitelung des ZDF, 2020 Hier ist der Herrscher von deinem Opa. Hier. Ich klau den Schatz. Jetzt gehört das Haus mir. Es brennt. Ich klau den Schatz. Der Film heißt die Schlange und der Wehr. Das wird gemacht von Jasmin und Nathalie. Oh nein, ein Wehr kommt. Der alte Baum. Komm, lass uns den alten Baum ausgraben. Ja, tolle Idee. Ich liebe euch, Mama und Papa. Boing. Das ist mein Schloss, das habe ich geerbt. Hau an! Hau an! Oh, da hast du mir etwas Schönes vererbt. Ein Schloss mit einem Geist. Na prima. Der Film heißt Die Flucht und mitgemacht haben Nathalie, Jasmin und Sophie. Da sind sie ja! Hilfe! Bei... Oh, mein Arm! Okay, ähm, der Film heißt Die Schneeschnacht Schlacht und an dem Film haben Yassin Schneider, Fabian Staller und Marius Sigmundschek teilgenommen. Pst, 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 P Rosel-Oma, Melissa, Bösnu und Sami haben geknetet und Büschra hat halt fotografiert. Brum, Brum, Brum. Pam. Wer hat mein Grabstein umgeworfen? Ich war's, Oma. Wieso hast du das getan? Ich wollte dich befreien. Plung. Uh. 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 Eeeeeh! Sessü stab Disney! Opa, dein Best! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020